Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Info-Video. Warum sage ich da zurück? Keine Ahnung. Egal. Ich möchte euch heute mal ein bisschen ein paar Infos geben. TechTown hört ja jetzt demnächst nicht auf, aber wird pausiert. Also wir machen bis Folge 200, beziehungsweise bis Video 200. Da fehlt ja eine Folge, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Wir machen einfach bis Folge 200. Na gut. Nach der Folge 200 wird erstmal eine Pause eintreten bei TechTown, because... Ich kann ja hier mal... Ah, cool. Because... Wir müssen einfach mal ein paar neue Ideen sein, was wir bei TechTown noch machen. Das dauert halt und wir wollen da jetzt nichts überstürzen und dann irgendwie langweilig wirken und so weiter und so fort. Deswegen gibt es da eine Pause irgendwie, ich denke mal 100 Folgen. Und in diesen 100 Folgen gibt es natürlich ein anderes Projekt. Momentan planen wir so ein bisschen. Und wir haben zwei Dinge in Planung. Entweder, ihr seht es, Terraria. Terraria wäre sehr cool jetzt auch mit den neuen Updates und so weiter. Kennt man es jetzt auch schon ein bisschen aus, haben schon mal ein bisschen gespielt. Terraria wäre eine Alternative oder eine Adventure Map, die etwas länger geht. Meines Wissens nach zumindest. Das wäre... Kann ich auch mal zeigen. Das wäre Vex Sea of Flames bzw. Superhostel 001 Sea of Flame 2. Ähm, das wäre eine Adventure Map, die wir spielen könnten. Wäre eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Ähm, müssten wir aber halt schauen, wie wir das dann machen. Das ist noch nicht entschieden. Wird aber auf jeden Fall eins von den beiden kommen. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr in die Kommentare schreiben, äh, was ihr euch davon wünscht. Das können wir natürlich mit einbeziehen. Kann aber nicht garantieren, dass das dann auch kommt. So, jetzt gehen wir mal hier in Terraria. Und da klopft jemand an. Aber naja, den lassen wir nicht rein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen, äh, Aufklärung geben, weil wir jetzt so ein bisschen nur was angedeutet hatten in Tech Town. Ähm, aber nichts Konkretes gesagt hatten. Und hoffe, dass ihr auch, äh, bei einem neuen Projekt dann mit dabei seid. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.